Die Berliner U-Bahner 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 Nur der Name erinnert noch daran, dass sich hier vor der Teilung der Stadt ein belebter Verkehrsknotenpunkt befand. Heute ist dieser Geisterbahnhof in erster Linie ein Baudenkmal. Denn die Hochbahn ist die Hochbahn ist die Hochbahn ist die Hochbahn und die Hochbahn ist die Hochbahn. Erbaut wurde sie zwischen 1896 und 1902 von der Hochbahngesellschaft, einer gemeinsamen Tochter von Siemens und Deutscher Bank. Bis 1938 war sie Teil einer privaten Aktiengesellschaft. Dann wurde sie zum Eigenbetrieb der Stadt Berlin. Und das ist sie auch heute noch. Wir fahren jetzt in östliche Richtung durch Schöneberg und Tiergarten nach Kreuzberg. Schon drei Stationen liegt der Bahnhof Zoo hinter uns. Er trennt wie eine unsichtbare Grenze zwei Welten. Die Züge, die vom Zoo in Richtung Westen fahren, unterqueren ein Reich der Büros, Banken, Universitäten, Kaufhäuser und die ruhigen, bürgerlichen Wohnungen Charlottenburgs. Die westliche Endstation schließlich liegt JWD in Ruhleben. Zwischen Villen, Kleingärten und Industriegebieten. Über den Landwehrkanal geht die Reise jetzt durch Kreuzberg. Draußen zieht eine Stadtlandschaft vorbei, an der die Wellen von Zerstörung und Aufbau deutliche Spuren hinterlassen haben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Dieses Band aus Stahl ist für Kreuzberg mehr als nur ein Transportmittel in die City. Die Linie 1 war und ist das Rückgrat des Stadtteils. Trotz oder vielleicht gerade wegen all der Veränderungen, die der Kiez durchlebt und durchlitten hat. Auf ihrem Wege sammelt sie vieles von dem, was Berlin hier mehr als anderswo an Ungereimtheiten bieten und vor allem an Geschichten erzählen kann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist Ihnen eigentlich mal passiert, dass Sie jemanden kennengelernt haben, angesprochen worden sind, bestimmt, hier beim Zugabwehrweg. Ja, also bestimmt, ja, weil sonst mal komme ich nach Hause und sage immer zu meiner Schwester, gucke mal, was ich heute wieder alles für die Telefonnummern bekommen habe. Und dann, das passiert mir öfter eigentlich mal. Da kann mir die Leute immer alle ja nicht mehr richtig merken. Wenn ich nach Hause komme, dann gebe ich die Telefonnummern zwar auf, aber angerufen halt, da sollten wir eben nicht. Aber schon mal bei jemanden angerufen, ne? Ja, aber der muss mir dann aber schon mit gefallen. Ja? Ja, das ist die meisten, die fallen mir ja mal nicht so gut so klein. Da spreche ich mich doch immer gleich die Falschen an. Aber ja. Und was sind das meist für Leute, die dann Sie ansprechen? Na ja, da gibt es manchmal auch so Alkoholiker hier von Bahnhof, irgendwelche Leute. Ja, da gibt es ja alle Arbeitslose, Drogen, Süchte. Und also da gibt es eigentlich alle, da kann man überhaupt nicht sagen. Da gibt es Bankangestellte und also quer durch den Wiesegaden. Haben Sie mal jemanden kennengelernt, so gut kennengelernt, der Sie hier angesprochen hat? Ja, also viele, ich habe eigentlich viele Freunde jetzt auch so, Leute, mit denen ich dann manchmal weggehe und so. Also viele auch vom U-Bahn hoch. Ist ja klar, ich ist ja jeden Tag auch bei die U-Bahn, überall trifft man Leute zur Schule fahren und die weggehen. Ja, die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Also ich fuhr mit der U-Bahn zum Sport und dann stand ich, musste stehen, es gab keinen Platz mehr. Ein Mädchen war da auch ohne Platz. Wir standen also beide neben einem Mann, der dann anfing, Zeitungen zu lesen, seine Zeitungen aufschlug. Und wir lasen beide über seine Schultern mit. Dabei kam es dann, dass wir uns anguckten und lachen mussten, weil wir nun beide die gleiche Idee gehabt hatten, nämlich die Langeweile, die man immer so beim Fahren hat, damit zu überprüfen, dass man eben jetzt bei einem anderen einfach mitliest. Und der hatte sich auch nicht stören lassen, der Mann. Na ja, dann waren wir bei der Möckenbrücke angekommen, wie das so ist. Man verpasst ja die Chancen. Also da musste ich dann gleich an diesen Markt der vertanenden Chancen denken, nämlich solche Anzeigen in der TIP, wo Leute kleine kurze Inserate schalten, um die Personen nochmal wieder zu suchen, die nirgendwo mal über den Weg gelaufen sind. Und oftmals ja sogar an der U-Bahn, weil das sieht man also relativ oft, dass irgendwelche Leute aus U-Bahnen gesucht werden. Da habe ich so eine Anzeige reingesteckt, da suche dich, du mit süßem Lächeln, U1, Dienstag, 28.10.19 Uhr und so weiter. Und ja, was war das Resultat? Da kam ein Anruf, das Mädchen fragte gleich, sag mal hast du einen blonden Zopf, aber damit kann ich nun wirklich nicht dienen. Sonst ist da nichts bei rausgekommen. Wieso hast du die eigentlich nicht angesprochen? Ich habe sie ja angesprochen, also so ein bisschen Smalltalk haben wir gehabt, aber mehr auch nicht. Dann waren wir auch schon beide wieder eingebunden in dieses Ablaufschema U-Bahn. Also man steigt ein, die Türen gehen zu, man wartet auf den nächsten U-Bahnhof, auf den übernächsten und dann steigt man wieder aus. Und das habe ich also schon oft erlebt, in U-Bahnen lernt man kaum Leute kennen. So wie ist das bei euch? Ist es euch schon mal passiert, dass ihr jemanden kennengelernt habt in der U-Bahn? Ja, klar. Wie denn? Naja, wir saßen uns gegenüber, haben wir uns mal angelacht und naja, da kamen wir gegen ein Gespräch. Ja, und dann haben wir uns mal getroffen und dann wurde was raus. Ja? Ja, für zu viele Wochen oder so, nicht lange, aber... War gerade mein Typ gewesen, naja. Erzähl mal, was war das für ein Typ? Wie ist es so abgelaufen? Ja, naja, da saßen wir uns gegenüber, da haben wir uns erst mal zuerst angelacht, ein bisschen peinlich gewesen. Naja, und er meinte, naja, du bist bestimmt Kürfen. Ja, meine ich, naja, und du bist bestimmt ein bisschen Heino-Fan, ich weiß nicht, was ich ja gesagt habe. Ja, naja, und da kamen wir mal im Gespräch, wie heißt du, ja, ja, wie alt bist du, wo wohnst du, aufgeschrieben, die Telefonnummer, ja. Naja, und dann, wie seke, getroffen, ja, geknutscht und mein Freund gewesen. Ja, da kamen wir irgendwie zusammen für zwei Wochen, da war wieder aus, haben wir es nicht mehr gesehen. Die Station der U-Bahn ist die unterste Plattform des Bahnhof Zoo. Wer seine Reise nach Berlin zwei Etagen höher beendet im Fernbahnhof, den erwartet oben das Festtagsgesicht der Jubiläumstruppel. Eine Rolltreppe tiefer, nur das Gesicht des Alltags. Eine Rolltreppe tiefer, nur das Gesicht des Alltags. Und eine Rolltreppe tiefer, nur das Gesicht des Alltags. Eins, Mandal Heck. Hey. Musik 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 Ich möchte nicht sagen, das ist so eine monotone Arbeit, wie jede Arbeit ist. Ich sehe das so, diese Arbeiten sind als solches, die füllen mich nie aus, aus dem einfachen Grund. Ich schätze die anderen Arbeiten interessanterweise eben, mein Handwerksberuf, zum Beispiel ich bin im Fleischhaushalberuf, ich habe das jeden Tag mit, man kann sagen, alle Stunde anderen Arbeiten ausgeführt. Und hier ist immer derselbe, das ist bei vielen Arbeiten, heute mit den ganzen Fließbandarbeiten, ist doch irgendwie, naja, monoton sowieso schon erstmal. Wieso kommst du als Fleischer hier? Naja, weil es anstrengend ist Fleischer, es sind viele Handwerker hier, selbst Meister, die irgendwann mal, oder Taxiunternehmer oder sowas, wo die gemerkt haben, dass sie eben zwölf Stunden arbeiten müssen und hier verdienen sie dann acht Stunden das Geld. Das ist vielleicht ein bisschen freier, der eigene Herr, man kann als Taxifahrer fahren, wenn man will, aber man muss fahren, das bleibt ja nicht aus. Und alle Berufssparten hier, vorwiegend natürlich auch Handwerker, Gesellen. Aber wie gesagt, das könnte man ja ändern, wenn man woanders hingehen würde, dann wäre das ja ganz einfach. Oder hätte die Chance, ich habe von zu Hause aus, dann hätte man den studiert vielleicht, aber so. Wie haben Sie gerade beim Lotto hier gestört? Ja, also jetzt ist gerade Moment, Ruhepause, Berufsverkehr ist rum. Und jetzt wollte ich ja wirklich gucken, ob ich am Freitag tausend Bar geht Urlaub nehmen kann, aber da war nix. Sie machen am Freitag Urlaub? Aber natürlich, der erste Urlaub dieses Jahr. Wo geht's denn hin? Malorca. Komm, wo ist das? Ich muss noch ein bisschen wärmer haben, wenn die 20 Grad Kälte hier oben kommen, gell. Wie lange machen Sie das schon hier? Ha, achteinhalb Jahre. Auf der Hochbahn immer? Auf der Hochbahn. Erst war ich im Untergrund, damit ich befördert war, auf die Hochbahn, ja. Auf der Beförderung. Und immer hier am Cottbusser Tor? Ja. Also ich möchte sagen, das ist wirklich in Kreuzberg hier ein ganz gemischtes Volk. Ich möchte so sagen, ich habe vielleicht 50 Prozent türkische Kundschaft. Der Rest ist fest in rheinischer Hand, viel Rheinländer, Frankfurter. Ja. Und das, was dann minimal übrig bleibt, das sind dann die Berliner. Gibt's nicht so viele hier? Ach nee, ich muss mich schon suchen. Also, und die Zeit haben wir nicht zum Suchen, was? Kommen Sie auch manchmal so ins Gespräch mit Leuten, die hier bei Ihnen einkaufen? Natürlich. Das ist ja schon normal. Das seht ihr schon an Ihnen. Das ist ein Stehsgeher. Das war sie am Supermarkt, haben sie das nicht, weil die durch die Kasse durchgehen. Ja, und bei uns kann ja doch mancher Kunde oder Rentner doch mal stehen. Da werden schon so manche Probleme abgeladen, was? Ist klar, es sind viele Leute, die haben dann niemand mehr. Da freuen die sich schon, wenn sie mal so eine halbe Stunde besonders im Sommer mal stehen können. Es ist ja heute alles maschinell in den Kaufhäusern und Supermärkten. Und das ist eben doch doch ein anderes Leben, was? Was erzählen die Leute denn dann so? Oh, das sage ich, das sage ich Ihnen lieber nicht. Also, das kann ich manchmal selbst nicht begreifen, gell? Aber wie gesagt, das Allgemeine. Von Eheproblemen oder was weiß ich, Arbeitsproblemen, es ist alles vertreten, wa? Man hat viele Kunden, die sehr, sehr nett sind. Aber es gibt auch Kunden, die wieder absolut sagen, der Kunde ist König. Weil die Leute ja nicht denken, dass da Menschen stehen, die denken, das sind Roboter. Das ist der Unterschied. Das macht die jüngere Generation wieder nicht so. Die haben auch mal, wenn sie sehen, dass sie bedienen, die haben noch mal zwei Minuten Zeit. Aber es gibt Leute, die haben gar keine. Und vor allen Dingen ist die U-Bahn fremd. Sobald die aufhört, müssen die aufspringen. Und das stresst ja auch ganz schön, wenn sie da sehen, wenn die da immer halb in den Türen hängen. Da soll man nicht glauben, dass Berlin eine Weltstadt ist. Aber Berlin habe ich gefunden, aber noch nicht die Weltstadt. Aber ich werde sie bestimmt noch finden. Ich bin ja erst 28 Jahre hier, wa? Hallo. Hallo. Ja. Ein Wodka. Hallo. Ich kenne mich zu meiner Freundin, ich kenne mich. Natürlich. Hä? Freunde, vergisst man nicht, hat er so, gell? Na, ja. So. Bitte schön, Vater. Komm mal, komm mal. Ja. Hier, DDR. Ich komme aus der Ostzone. Aus Cottbus. Aus Cottbus. Ja, voll drauf. Ja, wenn Sie vor ein paar Jahren her sein müssen, da ist ja schon mal einer reingerauschtet. Der Bahnhof als solches ist da geschlossen da oben. Da ist ja drüben einer reingefahren ohne Kopf. Die haben unterwegs, unterwegs haben die sich so einen Jux gemacht, sind auf den Wagen rauf gestiegen. Dass ich hier unterwegs während der Fahrt auf den Wagen rauf gestiegen bin? Zwischen sozusagen, hat da keiner richtig beobachtet. Auf alle Fälle ist der Reh recht wegrasiert gewesen, die Schädeldecke. Oder die Sicht weg gewesen. Er hat ja mit dem Rücken auf dem Dach gelegen, ist die Sicht recht wegrasiert. Also der fuhr auf dem Dach mit? Ja, ja. Hier? Flach 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 liegend, weil er sich einbildete. Er hat das zwar gesehen, das Hindernis da. Er hat sich eingebildet, der würde ja durchrutschen, aber dann ist das direkt wegrasiert gewesen. Und bei der Einfahrt-Bahn muss das jetzt passieren? Ja, ja, na sicher. Er ist reingefahren, der Sofa hat ja nicht von nichts gemerkt. Oder gar nichts mitgekriegt. Der sieht ja überhaupt nicht. Der wird ja regelrecht jetzt mit dem A2 abgefahren, was dahinter passiert ist. Da kann man sich keine Sorgen machen. Aber sollte man, kann man einfach nicht. Ja, und dann haben die Kollegen da beim Abfertigen, haben wir sehen, Mensch, da liegt ja hier noch. Und da hat sich schon nicht mehr gerührt. Ich meine, wenn er noch viel gezappelt hätte, wäre es auffällig noch gewesen. Aber das ist schon, speziell auch hier, diese ganze Signalanlage wird von den Fahrgästen ja eingebracht. Wir haben ja auch als Jungs Dummheiten gemacht. Aber die können sie ja nicht rauslehnen aus dem Zug, das ist alles so, das ganze Profil nennt sie das. Das ist alles ja ein bisschen knapp bemessen. Jetzt hängen die da raus, mit dem mal kommt der Gottbusser Tor durch diese Kernanlage. Das sind ja zusätzliche Signale und dann ist noch so ein Querträger, damit das auch ein bisschen Halt kriegt. Ja, da sind schon zig Leute dagegen geknallt. Die hängen da aus dem Zug draußen mit dem mal, kommt dann in so ein Träger, Ruckzuck. Kommt das ab? Liegt da unten, ja. Der rührt sich nicht mehr. Das ist tragisch, aber das ist heute leider häufig so. Das sind keine einmaligen Sachen. Die hängen da unten, ja. Wir befinden uns hier an der Grenze nach Ost-Berlin. Bis zum 13. August 1961 sind wir hier der Linie 1 bis nach dem Bahnhof Warschauer Brücke, der sich etwa 500 Meter hier weiter befindet, gefahren. Ich selbst habe bis zum 12. August 1961 Dienst auf dem Bahnhof Warschauer Brücke als Zugprüfer geleistet. Jetzt, bedingt durch den Mauerbau, ist der Endbahnhof hier vor uns liegend schlesisches Tor. Wie war das damals in diesen Augusttagen 1961? Wie haben Sie das selber erlebt? Ja, jeden Tag sind so und so viele Flüchtlinge, wie man sagte, mit der U-Bahn rübergefahren, speziell in den frühen Morgenstunden. Mit Sack und Pack? Zum Teil. Also das war offensichtlich, dass die praktisch nicht wieder zurückkamen. Wie sah das hier damals aus, hier an der Oberbaumbrücke? Ja, hier oben hatten Sie gleich Stacheldraht gemacht und Sie hatten auch schon Gleise, also einzelne Schienen entfernt, sodass also praktisch ein Rüberfahren nicht möglich war. Sie hatten aber Züge dort drüben. Ja, wir hatten insgesamt, die dort drüben verblieben sind, 28 Waren. Und was passierte mit denen? Ja, die hat man dann Tieflader geladen und auf die anderen Strecken verteilt, sprich auf der Pankower Strecke. Im Osten aber? Im Osten hat sie behalten. Im Osten hat sie behalten. Genau da kommt sie auf der Seite, auf der Innenseite nach Huling und hier in der Richtung fährt sie nach Schlesien hier unter, direkt nach schlesisches Tor. Wie lange wohnen Sie denn hier schon? Sechs Jahre jetzt. Ungefähr, ja. Ungefähr, circa sechs Jahre. Und man hört hier praktisch nichts? Nee, man hört so selten, sehr selten. Das ist wie ein Rauschen, als ob uns noch ein LKW vorbeifährt, das ist fast dasselbe. Läuft jetzt hier unter uns im Durchschnitt sehen? Ja, bitte. Läuft jetzt hier unten drunter, jetzt in der Richtung Kurfürstensstraße. Guten Tag und die Fahrausweise bitte. Die Fahrausweise bitte. Hier dann bitte. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich bin eh schön. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Das ist nicht so. Dankeschön. Danke. Das hast du vergessen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, hoffentlich, ja, damit ich mich wenigstens auch mal im Fernsehen sehen kann. Na bitte. Hat sich das wenigstens mal gelohnt? Na, sag ich doch. Ist das recht? Aber wenn ich ein Honorar dafür kriege, 40 Mark. Dann werden wir das gleich verrechnen. Ja, genau. Ja, das wüsste ich doch nicht. Da bin ich nicht zuständig. Ja, das machen wir den Morgen hier aus. Seht doch mal so nett. Von hier nicht hier. Dann werden wir die hier. Ein, Stein bitte. Du hast regelmäßig Kontakt mit denen oder öfter schon mal Kontakt gehabt? Ja, öfter schon mal Kontakt gehabt. Das ist auch schon so gewesen, dass wenn man dreimal beim Schwarzfahren erwischt wird, ist es ja so, kommt es ja zum Termin. Man kriegt Geldstrafen, das hat auch schon Haftstrafen gegeben, dass Leute ein halbes Jahr wegen Schwarzfahren im Knast gesessen haben. Und du fährst bewusst schwarz eigentlich regelmäßig oder immer, ne? Ja, eigentlich ja. Einfach, weil es zu teuer ist. Auch wenn ich ermäßigt fahren kann, ne? Ich fahre vier bis sechs Mal am Tag. Wie soll ich mir das leisten? Das sind sechs Mark. Jetzt rechnet ihr das aus bei einer Arbeitslosenhilfe von 600 Mark, ne? Wie viel das im Monat ausmacht, ne? Das sind, äh, naja, 60, ja, 180 Mark, sagen wir 150 Mark im Monat. Und wie oft bist du schon erwischt worden? Das ist jetzt ungefähr das vierte oder fünfte Mal. In, äh, warte mal, seit 1978 bin ich hier. Also zwischen, sag mal, nee, zwischen sechs und acht Mal bin ich erwischt worden. In sechs Jahren oder sieben Jahren, ne? Weil das geht ja noch, ne? Ja. Das Risiko kalkulierst du ein, ne? Ja, das Risiko kalkulier ich ein, weil es mir immer genommen ist. Wie gesagt, ne, wenn du meine Taschen momentan kontrollieren würdest du oder so, ich habe kein Pfannes Geld, wie soll ich denn nach Hause kommen? Muss ich doch schwarz fahren. Da hat mir nichts anderes übrig. Und wie kann man das am besten vermeiden, erwischt zu werden? Ja, wenn ich das erzähle. Ja, sag mal, ne? Wenn ich das erzähle, dann hören das ja die Herren auch, ne? Ja, die wissen das vielleicht schon. Naja, man steigt am besten im ersten oder im letzten Wagen ein. In der Mitte ist es immer schlecht. Und du bist mal ein bisschen in die Mitte eingestiegen? Ja, weil ich gepennt habe. Und prompt hat es mich erwischt. Okay. Okay, naja, okay, na? Tschüss, Simon. Okay. 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 Wir sind jetzt ungefähr 19 Jahre hier. Innerhalb dieser Zeit hat sich das alles so ein bisschen umgedreht. Also wir konnten früher mit einem Mann oder zwei Mann in den Bahn gehen. Da war das alles nicht so schlimm. Die Leute nahmen das nicht so traurig. Aber nachdem nun alles ein bisschen schlechter wurde, die wirtschaftliche Lage, dann erjagte sich natürlich das hier immer mehr. Ohne. Dann ging das nicht mehr. Dann musste man eben mit ein paar Leuten in den Bahn gehen. Also das erjagte sich dann. Und dann noch die Angriffe und die Beschimpfung, die haben natürlich zugenommen. Also wer da nicht ein bisschen dicke Fell hat, der könnte nun bloß eine Stunde machen. Und dann könnte er sich zum Gericht begehen und dann die ganzen Anzeigen machen. Also der muss da schon sehr dickfällig sein. Ein bisschen braucht er das schon. Was kommt denn da so an Angriffen? Also das geht von der Vergangenheit vom Kaiserreich über den Herrn Hitler bis heute. Also alles, was sich so angesammelt hat an den ganzen. Je nachdem, wie er nun gerade aufgeladen ist, der betreffend. Der ganze Zoo wird durchgemacht und manche Worte kennen wir natürlich nicht. Und dann gleich vorweg hier, das bleibt sich nur gleich, ob das nun ein Einheimischer oder ein Zugereister oder ein Ausländer oder ein Bürger. Im Prinzip ist alles dasselbe. Also was wir nun im Laufe der Zeit mitgekriegt haben. Also das letzte Dorf in Bundesgermanien, ein Einwohner, eine Tochter, wird gerade 18 nach Berlin. Nicht? Jeder will doch mal hierher denn. Also weil er sich angeblich hier denn besser entfalten kann. Und dadurch haben wir natürlich viele Westdeutsche. Also das ist tatsächlich auf der Linie 1, gerade nach Kreuzberg runter am Stesische Tor. Da sind viele auf der anderen Linie wieder im Wedding. Dann natürlich alle die Gebiete eben, wo nur noch billiger Wohnraum ist und wo die alten Häuser noch stehen. Da sind natürlich die größte Anzahl. Neuendorfplatz zum Beispiel, Mottstraße, Neuendorfstraße. Alle die alten Häuser, da sehen wir ja an den Adressen immer was angegeben wird. Und das wechselt dann also zwei, drei Monate später. Dann wohnt in derselben Wohnung bei demselben, dann wohnen dann eben wieder drei andere. Also kennen die Wohnungen schon? Naja, natürlich. Die kommen immer wieder, das sind ja praktisch immer dieselben. Bei dem wohnen wir. Ja. Nech? Das sind dann die Anlaufadressen, die dann die Mietergemeinschaft oder und was da ist, nicht? Das werden dann eben untervermietet und da halten die sich dann auf die Räte. Die Mietergemeinschaft oder das werden die Mietergemeinschaft oder der Erkamen, der sich nicht weiterentwickelt. Das sind was, die schönsten Berlin. Wir bestehen hier 15 Jahre schon. Seit 1. März 1971. Und echt interessant hier. Die Leute, international, vom Chinesen, überall Inder, Amerikaner. Zwölf Sprachen müssten wir können. Das wäre das Beste. Ein bisschen Englisch kommt man auch schon zu. Das ist unser guter Geist hier. Schon 14 Jahre? 15 Jahre. Wir dürfen ruhig rankommen. Wir beißen nicht. Was kann man denn hier so erleben, auf dem Bahnhof, wenn man 15 Jahre hier ist? Da könnte man Bücher schreiben. Ich kann nur mal ein Beispiel sagen. Ich habe ja mal erlebt, wie sich zwei Transvestiten geschlagen haben. Die also jetzt gar keinen richtigen Gusel hatten. Die rissen sich also halt ab und standen da hier nur mit Höschen da. Und alles kommt natürlich zu, weil die ja doch sein Männer sind. Sie sahen also vorher, konnte man das echt nicht sehen. Haben sich die Handtasche um die Ohre geschlagen. Das ist zum Beispiel jetzt ein Erlebnis, wo man mal wieder dran denken muss. Oder auch hier mit der Rauschgift-Szene ab und zu, dass so einer umgekippt ist. Das ist also nicht so schön, wie gesagt. Da bin ich also froh, dass das Tier wieder verschwunden ist. Und sonst... Und die Mädels hier, die hier auf den Strich gehen, die kommen ja auch her. Ja, danke, bitte. Ja, die kommen ganz gerne hier. Kommst du jetzt gleich im Moment. Vorsicht, ihr Getränk oder auch was zu essen. Dann verschwinden sie wieder hier in der Eilenstraße, in der Kuppersenstraße. Da verdienen die ihr Geld so nebenbei. Oder auch hauptberuflich. Und da sind also schon recht junge Mädchen halt vorbei. So, Pommes, Moment. Das sind 15, 16, 17-Jährige. Pommes, Moment. Das ist natürlich nicht so schön. Die kommen aus der Schule und gehen dann stellen es dann hier hin. Wie wäre es? Na, ihr Mäuse, was wollt ihr denn? Zweimal Pommes mit Kette. Oh, zweimal. Machen wir aber. Wollt ihr eine Tüte haben oder eine Schale? Eine Tüte. Na, machen wir doch. So, die Leute von der BVG, kennen Sie die auch, die hier arbeiten und die hier? Ja, die duzen uns fast alle. Das ist eben eine Original-Kiezbahn in dem Sinne. In 15 Jahren, da kennt man ja fast jeden. Die hier ja so, auch von den Stammkunden, die wir jetzt 10, 15 Jahre kennen. Große 1,50? Also so ein bisschen Freunde und Pumpels. Große, ja? Die essen jeden Tag, die haben also Kunden. Ich brauche mal eine Fanta. Ich brauche mal eine Fanta. Ja, das Größte an den Sachen ist, ich verstehe ja so eigenermaßen Englisch, da komme ich also ganz gut klar. Aber wenn jetzt irgendwelche aus Oberbayern kommen oder also mit so einem starken Slum, da lachen wir jetzt manchmal schief, dann wollen sie also statt Brötchen sagen, dann weg, ich möchte weg, ich denke mal, was willst du, dann weg, dann weg, dann meint der nach einer gewissen Zeit, dann eben, dass er ein Brötchen möchte. Also gerade mit den Deutschen, die also aus Provinzen kommen, ja, das ist also manchmal wirklich zum Skiflaben. Dann haben sie nur den Körboschen geprüht, haben bald. Dann wissen sie. Dann hat der Körboschen, der Nächste, ich will auch in den, ich will auch in den, die haben gedacht, den kriegen wir keine mehr, also sagenhaft, also brauchen wir manchmal, wo die herkommen, ja, dann sagen wir, die haben eine große Schnauze, die Westdeutschen manchmal unmöglich. Was kostet denn das? Also ich sage, also ich sage immer 20 Pfennige, nicht, aber ich sage immer, was sie mir geben, nicht, ich sage nicht, die, es ist ja gar nicht vereinbar von oben aus, nicht, also was sie mir geben, das ist auch dann meins, ja. Die zweite Tür bitte, ja, die zwei, aufpassen Sie auf, ja. Jetzt kommen ja auch manchmal Menschen, die sind dann angetrunken. Und dann sage ich, das sehe ich eigentlich nicht gern, wenn sie hier reinkommen, und dann muss ich, sage ich ihnen ja auch, dass es ein privates Unternehmen ist, aber sie benehmen sich ja dann so, ich meine, man hat auch schon manchmal, dass sie mir halt schon, wenn ich so sagen darf, den Deckel abgerissen und auch so ein bisschen daneben gemacht und so, aber da habe ich mir gedacht, naja, schön, und jetzt, und jetzt, so lange, also jetzt in den letzten Jahren habe ich das, dann bin ich abgebogen. Wenn ich merke, es ist wirklich einer sehr betrunken, dann lasse ich den Essigarmus rein, damit er mir nicht umfällt und damit auch nicht erst muss eine Feuerwehr kommen oder dies oder das. Achten Sie auf die Stufe, Madame? Von mir kommt immer ab und zu eine einzelne David trinkt bei mir ein Tässchen Kaffee und ich besuche sie dann und sie besucht mich hier auch, na dann plaudern wir etwas und dann nachher sagt sie so, mein liebes Kind, jetzt muss ich wieder gehen, die Zeit ist rum. Ich sage, bitteschön, hat mich sehr gefreut, auf ein Wiedersehen. Ja, so ist es auch und wenn hier ein Kunde kommt und er müde ist oder etwas, dann biete ich ihm einen Platz an, dass er sich hier ausruhen darf, ist ganz selbstverständlich, weil ja auch viele ältere Leute hier hauptsächlich nach ihm kommen. Bloß eins ist, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, dass die jungen Mädchen nicht gerade sehr sauber sind, das muss ich auch sagen. Oh Gott. Es war eine Zeit lang, da haben sie mir, das habe ich gar nicht mal, mein Chef, ich traute ihnen auch, dass gar nichts, die Tür von innen geschmiert mit sämtlichen hässlichen Wörtern. Also ich muss sagen, dass die jungen Mädchen mir in dieser Beziehung gar nicht gefallen, gar nicht. Ich sehe sie eigentlich nicht sehr gern. Und sie wären auch sehr schnell aggressiv. Dann sage ich, ob sie sich nicht schämen und sie könnten sich doch wohl etwas besser bewegen. Das wäre wohl angebracht. Oder ich verweise eben und sage, sie kommen hier eben nicht mehr rein, wenn ich merke, dass sie mir sehr viel Unannehmigkeit machen und das darf ich ja. Ihr macht Streetwork hier in der Gegend um den Neuland auf Platz und eben auch hier auf dem Bahnhof. Halten sich hier eigentlich noch Junkies auf? Ja, es war halt so, als wir angefangen sind. Wir machen das jetzt ein gutes Jahr. Als es kalt wurde, war der Treffpunkt ganz klar hier der Kiosk hinter uns. Da wurde dann auch warme Milch und warme Kakao verkauft, was gerade für die Frauen, die anschaffen gehen, sehr wichtig ist, sich aufwärmen zu können. Und da war das schon für uns, wenn wir hergegangen sind, dass wir sicher sein konnten, auch Leute zu treffen. Und da hat die Polizei dann noch eine Weile durchgegriffen, weil es unangenehm war für die Normalbevölkerung, sag ich jetzt mal, die U-Bahn fahren wollen, da plötzlich 20 Leute geballt zu sehen, die Junken, die nicht gut aussehen. Und dann hat die Polizei halt durchgegriffen und hat gesagt, die dürfen sich hier nicht aufhalten, weil das ist U-Bahn-Gelände, sie müssen hier verschwinden. Und hat sie halt systematisch nach draußen getrieben, ins Bushäuschen oder ja, noch weiter weg. Woran liegt denn die Attraktivität der U-Bahn-Höfe für Junkies eigentlich? Zur Kurfürstenstraße, hier, so? Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man beweglich ist, dass man schnell weg kann, auf die U-Bahn aufspringen kann. Hier gibt es auch Toiletten, das ist halt hier auch so ein Übel, dass es da jetzt eine Toilettenfrau gibt, die natürlich auch aufpasst, wenn jemand länger auf dem Klo ist. Aber es sind schon gute Bedingungen, es ist warm, es gibt Möglichkeiten zu drücken und es gibt Möglichkeiten, relativ schnell verschwinden zu können, wenn die Blumen kommen. Also sind wir Säger Musik Schon im ersten Betriebsjahr wurden auf der Linie 1 30 Millionen Fahrgäste gezählt Heute sind es dreimal so viele Benutzen täglich 240.000 Menschen irgendwo die 15 Kilometer lange Strecke Die allermeisten zwischen Zoo und Kreuzberg Wann waren das, als Sie hier gewohnt haben? Das war in den Jahren 1920, 1921, 1922 Wenn Sie heute die Hochbahn fahren, sind Sie die Frühe auch gefahren? Ja, genau, nur vorsichtig, ganz zu schnell Und die Züge waren nicht so ausgestattet zu der Zeit Da gab es noch Unterschiede, zweiter und dritter Klasse Ja, es gab Nichtraucher und Raucher nicht Zweiter Klasse war natürlich teurer Was hat das gekostet? Das ist kein Begriff Wir haben Tausende von Mark gezahlt weil Inflation war nicht Das kann man gar nicht heute so richtig erläutern Diese alten Preise die damals waren sonst 10 Pfennig die dritte Klasse und 20 Pfennig die zweite Klasse Das war normal als Vorflugszeiten vor dem Ersten Weltkrieg Aber die Hochbahn ist doch wohl so geblieben im Wesentlichen, wie Sie damals waren Ja, die ist natürlich in der Technik völlig verändert worden in allem Das ist ja notwendig aber sonst im Allgemeinen hat sich gar nicht viel verändert Das war die damalige Strecke 1 Das hat so eine andere Nummer bekommen Früher heißt sie noch 1 Ich weiß nicht Ich glaube 1 heißt sie noch Ja, steht da drauf Ich weiß nicht, dass ich sehe die Häuser also ist das gleich wie die Sicht Menschen sind anders angezogen und so weiter Klar Wir wohnen jetzt andere Leute wie ich damals Ja, natürlich Die meisten reden ja nicht mehr um die so alt sind Ich meine Naja, ich werde jetzt im August 2887 Und Sie leben jetzt wo? In Ost-Berlin In Ost-Berlin Ja, wir haben dahin geheiratet und in dieser Zeit wohnen wir in Ost-Berlin Das ist im Jahre 1934 Es wird Feierabend in Schlesien Von der Hektik der Raschauer ist am kleinen türkischen Markt unter dem Bahnhof nichts mehr zu spüren Orient Express wurde die Linie 1 lange Zeit genannt Aber diese Bezeichnung ist aus der Mode gekommen Kreuzberg So könnte es in Augenblicken wie diesen scheinen Hat sich an das Nebeneinander von Kulturen und Lebensweisen gewöhnt Und die Touristen, die mit der U1 zur Entdeckungsreise in den Kiez einfallen Sie werden noch selten enttäuscht bei ihrer Suche nach aktueller Kreuzberg Folklore Oh, gibst du mir eine ab? Oh, schade, ich habe so einen Hunger, ey Hast du ein paar Groschen übrig? Auch nicht Ey, habt ihr ein paar Groschen übrig? Ja, danke Ey, toll, Wahnsinn Hast du eine Mark für mich? Habe ich nicht Früher hieß es Halbstahl, heute macht er das so Ich meine, ich bin ja auch nicht mehr als Jungs Na ja Na ja Na ja Na ja, auch Schokofisch, ja Aber damals war ich Und hier sind Halbstahl und so weiter Oh, da kann ich bitte hingehen Wer ist denn dabei? Soll jeder machen, was er will? Stimmt's? Na ja, wo würden wir da hinkommen, wenn jeder macht, was er will? Ja Die machen sowieso was zumal Ja, aber wir nicht Na nee Na ja, eben Na gut Hast du dich nicht angekriegt, oder? Nein, das ist alles voll echt, ey Na wie lange hält das nicht an? Zwei Tage hält das so wie es jetzt aus zehnt Ja, guck mal durch schlafen, die sind lang, war Na das hält jetzt Госkind Herr hat gefragt, ob das echt ist oder ob das angekriegt Das ist N туда Hast du eine Mark für mich? Also, du darfst nicht mit uns reden, verdienen, nee, so geht das nicht. Das ist doch Arbeit. Nein, das ist keine Arbeit. Ach, schlauen ist irgendwo eine Arbeit. Ach was, so sehe ich das nicht. Wenn du es jeden Tag machst, ist es eine Arbeit. Bis ich 28 Jahre alt war, habe ich gearbeitet und habe für mich und meine Kids gesorgt, und zwar mit Arbeiten gehen und habe mein Geld jeden Monat bekommen. Und dann irgendwann habe ich keine Knete mehr gekriegt und dann bin ich schnorren gegangen. Das war aber keine Arbeit. Das ist keine Arbeit, das ist unangenehm, aber keine Arbeit. Ja, genau deswegen, weil es unangenehm ist, ist es irgendwo eine Arbeit. Es ist, ja, aber Arbeiten ist anders. Du hast Trouble mit den Bullen und mit dem OD oder weiß ich was. Aber es ist keine Arbeit. Du musst von dir im Bahnhof zum anderen rennen, um dein Geld zu kriegen und dir was zu fressen, zu kaufen. Dumme Bürger, echt. Ja, also, was ich so die ersten zwei, drei Mark, oder so das erste Mal zwei, drei Bierchen. Und dann geht es auch besser. So, wisst du, einfach, wisst du, ohne Sprit kann ein Motor nicht laufen. Ohne Bier kann ein Schnorn nicht laufen. So ist es. Doch, echt. Also das heißt halt nicht, dass du in dich rindschüttest, wie so ein Beserker war, sondern, dass du einfach nur zwei, drei Bierchen trinkst vor und dann geht halt einfach irgendwie mit dem Reden besser. Lach, ein bisschen dreckig, ey. Na, du sagst die Wahrheit. Ja, weiß ich, ey. Prost, Kumpel. Ey, da ist der Typ, wo die immer erzählten, warum wir sollen da hingehen. Hey, voll geil, ey. Wenn wir mal singen, falls wir schon rein schmeißen. Ja, mal gucken, ob was knimmert, ey. Ja, ja. 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 Musik Gerade am Halle ist ein Tor, da stehen sie ja nur in 4, da gibt es so die Penner, so die Punker, was meine mag für Fahrerlte, gibt es bei mir nicht, da kannst du arbeiten, kannst du mitkommen bei mir und sagen, du kriegst ein Zehner, das stand nach Haus, bin alle blöde und so ist dann los. Ich meine, das Schlimmste ist auch am 9er Platz, da sind nur viele die Haschtypen, ich wohne da unten, also wenn du da rauskommst, du hast mal eine Mark oder hast mal 50 Fett hier, die können da kaum noch ankicken, das ist also, ich meine, wenn sie eine Meute sind, da kannst du hochpechern, wenn du jetzt nach Hause kommst, dann runter die auf die Fresse, also, so ist es, ja, Also, ob man die Angst hat, mehr wie keiner kann ich nicht kriegen. Ich würde sagen, die Linie 1 ist doch die echte Arbeiterlinie hier. Wie viele Ausländer? Also, ich kann mich morgens um 6 eigentlich nicht feststellen, da ist es so bunt gemischt, das kann ich mich nicht feststellen morgens um die Zeit. Da muss man wohl noch früher fahren, da sieht man dann eben die Türkinnen, die zur Arbeit getrieben wären, mehr oder weniger, da sieht man dann halt doch. Entweder die kommen von der Arbeit und haben die Nachtschicht hinter sich, oder die fahren zur Arbeit, das ist eine große Gebäudereinigung, das ist dann die U-Bahn nur voll, Türkin, Kopftuch, und es ist ein paar Lava da drin, und die unterhalten sich dort in der Landessprache halt, und es geht dann doch manchmal ein bisschen auf den Weg halt, was? Aber man liest morgens eine BZ und wird halt dadurch doch ein bisschen gestört, ja, durch dieses Laut unterhalten, was sie eben auf der Arbeit erleben oder zu Hause, man versteht ja nicht. Aber doch wird man halt ein bisschen, denn morgens doch nicht stört, ja, weil man halt nicht versteht davon. Ansonsten könnte man vielleicht da, ich habe ein bisschen was bei Denken, was da erzählen, oder ein bisschen daran teilnehmen, aber so kann man ja gar nicht, weil man nichts verstehen tut, ja. Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man in einer Minderheit sitzt und hört sich von Leuten an, wo man gar nichts von verstehen tut, ja. Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl dann. Kommt man sich gar nicht mehr vor wie in Berlin manchmal, sondern halt noch schon wie, also man ist selber der Ausländer und fährt, ja, das ist ein komisches Gefühl. Aber ich habe auch in der U-Bahn oft erlebt, dass manche Deutschen absichtlich vermeiden, nehmen ein Türkener oder ein Türke zu setzen. Die halten sich möglichst, also soweit wie möglich fern von dem. Entweder die beschweren sich nach Knoblauchgeruch oder was weiß ich, oder die sind viel zu viele Vornehmer, mit den Leuten zusammenzusetzen. Vornehmen ist das als Handeln? Ja. Aber ich mache mich ja gar nicht daraus. Es ist egal, wie ich aussehe oder wie ich bekleidet bin, ich setze mich einfach, wo Platz gibt. Wenn einer sich, wenn einer Beschwerden hat, dann soll sie ein anderer Abteil setzen, man. Denn wir bezahlen auch genau so wie die Deutschen 2x20 für einen Fahrschein, ja. Also wenn ich manchmal mit meiner Frau oder mit meinen Freunden nach dem Zoo fahre, zum Kino oder Disco gehe ich nicht oft, also ich mache mir nicht viel aus Disco. Aber sobald der U-Bahn halbisches Tor ist, dann fühle ich mich relativ besser, dann nähere ich mich meiner Umgebung. Weil, sagen wir mal, nehmen wir mal den Neulandokplatz. Ich kenne hier keinen. Aber wenn ich jetzt kurz bis zur Tür gehen würde, jeder Dritte oder Zweite würde mich begrüßen, mit meinem Namen rufen. Das ist wieder, das ist was Schönes, also. Dann weiß man, dass man da hingehört, aber das eigentlich falsch war, das wird also gesielt von der Regierung so gemacht, dass die Türken irgendwie, also an einer bestimmten Stelle so aufgestabelt werden. SPISS KOMBUS SPISS KOMBUS SPISS KOMBUS Musik Ja, das war's. Einsteigen bitte und rein bitte. So zogen wir in die Bundesliga ein und wir werden auch mal Deutscher Meister sein. Ole, 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 ole. Fynn, 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 Fynn. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. GEMME 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 NER HACKETANN GRUSS Wir sind nicht von hier. Wir sind aus Rösterischland. Wir sind aus Rösterischland. Und so gerade zu Besuch hier oder was machen? Wir sind abgehauen. Also ich meine, wir sind nicht abgehauen. Erzähl mal, du kommst aus Frankfurt und du bist von zu Hause weg. Wieso? Nach Berlin? Ja, weil hier eigentlich nicht viel los sein soll. Wer hat dir das erzählt? Das hört man noch so. Und was erwartest du von hier? Erstmal alle Discos, Insider-Discos durchmachen. Nächte durchmachen. Die Schule erstmal ein bisschen vergessen können. Und was machst du hier so? Also von was lebst du? Ja, also ich habe zu Hause bei meinem Vater noch die Sachen, also aus dem Wohnzimmer und so, habe ich noch so eine Uhr und so mitgenommen. Das verkaufe ich jetzt hier alles. Und da kriege ich halt immer wieder Geld. Aber das geht halt meistens dann für Klamotten wieder drauf. Also Lebensmittel und so, da denke ich gar nicht mal so dran. Ja, und wenn das Geld irgendwann mal zu Ende geht, wie geht es dann weiter? Ja, dann fahre ich wieder zurück nach Darmstadt und dann gehe ich zu meinem Vater oder so. Oder ich gehe auf irgendeine Beratungsstelle hier oder aus dem Jugendamt und so. Da kriegt man auch Unterstützung teilweise dann. Sag mal, wenn ihr hier auf Friedhöfe geht, macht ihr das auch hier in Berlin? Also in Berlin waren wir noch nicht gewesen, aber es kommt schon noch. Erzähl mal, was macht ihr da? Also ihr geht auch nachts? Ja, wir gucken uns die Gräber an, ja. Und wenn eine Grufftei ist, steigen wir natürlich rein und da wird ein bisschen getrauert und so. Das ist alles ein bisschen, also irgendwie Hexenbeschwörung machen wir auch dann. Das aber immer nachts oder? Nein, nicht unbedingt. Also nachts ist natürlich am besten, am Tag drängen wir nicht. Also das ist halt nicht irgendwie gruselig oder so. Das soll ja irgendwie auch schon alles ein bisschen gruselig sein. Deswegen machen wir das nachts. Und wenn man in den Waggons ist, dann ist es auch immer ein bisschen komisch, dann die Schale rauszugehen, rauszunehmen und hinzugehen. Und dann sagen, habt ihr mal eine Marke oder könnt ihr uns mit ein paar Groschen unterstützen? Das ist ein bisschen überwinden. Das geht, ne. Das ist nicht einfach. Wir streiten uns immer, wer nur die Schale nimmt und durchgeht. Ja, es sind eben die Deutschen, die sich so schrecklich einschreißen. In Paris oder so wird nämlich viel Musik in der U angemacht. Oder ich war also in allen möglichen Städten, wo ich dann auf Reisen eine Gitarre mit hatte. Da einfach mal so Just for Fun Musik gemacht war. Ja, in Bern oder so. Madrid, naja, mir ist überall gut. Also viel besser. Hab ich nie Ärger bekommen mit irgendwelchen Behörden. Hm. Da ich meine Frau gehen will. Und die habe ich hier heiraten. Und sie ist auch Alkoholiker. Sie läuft jeden Tag zwei Flaschen Schnaps. Meine Frau. Ich habe das ganze Ader habe ich mitgemacht hier. 15 Wochen habe ich es mitgemacht. Jeden Tag bin ich zu Friedensstraße gefahren. Und dann hat zwei Flaschen Schnaps geholt. Besiegt. Friedensstraße, bitte. Ja. Das geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Ich bin unalkoholiker. Ich bin schon wieder drauf. Guck mal, jetzt habe ich vier Wochen nicht getrunken. Heute habe ich erst einmal wieder ein Bier angefasst. Schon angelegt. Angelegt, wa? Ich habe jetzt vier Monate nicht getrunken. Heute habe ich ein Bier getrunken. Ich habe es machen dürfen. Weiß ich. Weiß ich. Ich habe es machen dürfen. Das ist schön. Das ist schön. Ich kann sie sagen. Ich bin trocken. Ich bin nass. Oder so. Also. Scheiße ist das, wa? Das Leben ist scheiße. Ich wollte es doch sagen. Ich bin gebantert. Ich habe hierbleibe. Ich muss etwas drauschen. Das ist hoch. Ich verstehe. Ich weiß es nicht. Tipp hat, nein. Ich versuche es nicht. Ich weiß es nicht. Ich so lange. Es ist, ja. Ich versuche es nicht- Ich versuche es nicht. Das ist nicht die Tag. Ich bin gebantert. Es nicht richtig. Ja, Moment. Oh mein Gott! Musik Ausweis bei? Nein, ey! Lass mich jetzt reden! Nein, ich hab nichts gemacht. Ich bin noch nicht mehr mit der U-Bahn gefahren. So sieht's aus. Was hast du denn gemacht? Ich hab nichts gemacht. Ich bin noch nicht mehr mit der U-Bahn gefahren. Und wenn, dann würde ich noch nicht geben. Ja, das würde ja. Jetzt hat sich mein Auto gefahren. Einschraubt immer noch anfahren. Andersrum. Wieder rum. Ja, möchtest du die Beine auseinander? Ja, Mann, ey! Ich bin noch nicht gefahren, ey! Ja, Mann, ey! Baby, ist ja gut, Alter! Ja, cool. Das ist mein Ding, oder? Dein Ding, oder? Ja, ich meine, ich bin nicht wieder rumgefahren. Ich wollte, ja, aber ich bin nicht. Ja, man kann mich doch nicht für irgendwas anmachen, was ich nicht getan habe. Aber erinnere Sie anmachen. Nee, also umgekehrt, also wenn ich ein Delikt begehr, also müsste ich das doch schon tun, bevor ich dafür belangt werden kann, ja. Oder nicht? Was wollten Sie denn denn nochmal machen, wenn Sie nicht fahren wollten? Ja, ich wollte tatsächlich Spaß hin, aber ich bin nicht. Ach so. Tja, darüber befindet der Richter. Nee, wieso der Richter? Weil ich... Innerhalb von 16 Tagen auf jeder Poste eingefahren war. Wieso? Ich bin überhaupt nicht gefahren. Verweigern Sie die Annahme der Zahlkarte? Ja. Ja. Weil ich nicht gefahren bin. Ja. Bist du doch auf den Aufstand? Ja, auch. Ja, auch, ja. Ja, auch, ja. Ja, ich lasse die Fahrt mal finden ohne Fahrschein. Ja, wo ist denn? Bin Sie? Ich finde mich total ungerecht. Bitte nennen Sie sich einen Anwalt, wenn es den Termin kommen sollte, können Sie das in Richtung... Ja, aber gegen die BVG, die haben so viel geknägt, hä. Da hab ich dann gesprochen. Da muss nur noch richtig. Tschüss. Wenn Sie die Fahrt mal schieben möchten, dann holen Sie bitte den Fahrschein, ja. Schleswig das Tor, alle aussteigen, bitte alle aussteigen. Ja. 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 Betriebsschluss in Schlesien. Wieder einmal muss die Belegschaft hier drei Stunden warten. Dann wird der erste Zug der Linie 1 Kreuzberg-Becken. Drei Stunden, die manchmal auch schnell vergehen können. Ich will mir mal eine kleine Story erzählen. Ich habe ein bisschen Sprache Dienstjahr abunden. Da fahrten wir alle bitte Seiten an so einem Monitor. Und da steigen wir auf der anderen Seite. Da war ich also ungefähr ein dreiviertel Jahr zur Haftverkehr gewesen. Und da steigen drüben sieben Leute. Da stellen die sich alle hin und fangen an zu pinkeln. Und ich stehe bei einer Leiter drüben, in meinem Haus. So eine Skepsis, aber Herrlich. So eine Schweine. Da muss ich ja was machen. Und dann sehe ich, da rufe ich über dem Mikrofon nichts. Und ich sage, da hol die Polizei halt. Und ich gucke mich auf, wa. Das wird der Zug raus und dann stehen die da und pick mich weiter, wa. Und dann sehen sie so schön die ganze Lache so mit Schaumkrone da runterlaufen, wa. Und ich sage jetzt zu, wie die Polizei hinten die Telefonehörer hoch, wa. Und mach so, als wäre ich anrufe, wa. Und jetzt hauen die sieben ab, wa. So, das gehe ich immer rüber, wie die Pisse da so runterlaufen, wa. So eine frische Elf, wa. Ich meine, das verstehe ich nicht. Wenn ich pick hier und muss, dann kann ich unten auf der Straße auch gehen, wa. So, naja, dann stehe ich so und gucke mal so mit der Zug hier. Kommt hier von der Schlesische Torne runter nach Uli eben, wa. Ich denke, Mensch, das gibt's doch nicht. So hätten sie sich etwa auf meiner Seite auffahren, hier. Die sieben Wander, wa. Auf einmal, der Zug kommt drinnen, da kommt die sieben rum, wa. Und wir haben früher so eine Stahlkelle gehabt, wa. So ein Abfahrtchen, wie wir ist da. Und, ey, grau, ist auf die losgelaufen. Darf man hier wohl nicht machen, wa. So. Und da kommt mir die erste Idee hin. Die anderen Sechse, die reden um. Ich sage, ey, du Sauer, ich hab doch immer Pinkel, wa. Na ja. Ich sage, du, ich, 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 Ticket, ich, Ticket, wa. Ich hab die die Kelle in der Passe, die war hinterher gezogen. Das ist die Kelle mehr abgebrochen. Da sind die Sechse umgegriffen, wa. Da hat der Grille in die Zugabfahrt heraubt. Das hat die immer je geklappt. Wie, ich hab was denn zu, ich hab die Setterpark. Ich hab was denn. Da ist die Zugabfahrt, der rufst du drüben an, auf Cottbus an, ja, auf Heisches Torrach. Und dann schellst du hier auf der anderen Seite mit Bayern, wie haben wir so einen langen Bayern, und wenn die hier reinkommen, die kriegt die davon, dann ist hinterher der Oberverkehrsmeister mitgekommen, da sind die Zugabfahrt heraubgefallen, und die sind alle älter eingestiegen, dann ist der Oberverkehrsmeister eingekommen, dann ist der Oberverkehrsmeister, so geht das nicht, dass die Körper verlaufen. Ja. Da hab ich noch ne Bellen noch gesetzt hinterher. Ist ja richtig. Ich hab's ja hinterher eingesehen, ja. Ja. Nee, Mann, da drüben, da drüben, da drüben. Ja, weil ich da schon angefangen hab. Mir fehlt jetzt so, dass ich denke, ich hab's auch nicht gefeicht, aber der Mann hat den anderen nicht nach oben, ja, mit nach Hause. Wir müssen nach Hause, aber es ist noch was gehaltener. Danke, Mann, ich will nicht so viel haben, ich muss auch meine Bücher. Ah, ja, 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 ja. Was soll's noch, Mann? Ja. Ja. Amen.